Also, befreit die Baut. Die Söldner der Brierwölfe haben die Sieder auf dem Gottfall überfallen. In dieser Sölder Illusionisten namens Mechlan suchen sie nach einem Artefakt, das aus der Zeit des Zirkels... ...sie nach einem Artefakt aus der Zeit des Zirkels. Dabei verwüsten sie die Dörfer und Raum die Bevölkerung aus. Er klebt den Gottfall. Der Wal ist durch Verwitterung und Menschstaat begehbar geworden. Er ist der einzige Weg nach Nord und damit nach Muladir. Ja, hierfür haben wir ein Elfenportal und zum Glück einen Straightforward-Way. Nämlich hier hoch. Wir haben Linea hier unten, wir haben Holz jede Menge und Bauplatz haben wir auch genug. Naja, wie man sehen kann, der Gottfall geht sehr weit hoch. Aber dadurch, dass wir am Fuße sind, können wir uns noch verteidigen. So sei es. Die Ruhne ruft. Die Ruhne ruft. Da runterkommen, werden sie nicht gleich mein Lager sehen. Was da oben? Ja, schon unterwegs. Sofort. Hm, die Frage ist nur, wie mache ich das dann hier? Wahrscheinlich hier ein Holzfäller, hier auf die Grünfläche den Förster. Naja, wir werden wie immer klein anfangen. Ja? Zumal wir ein kleines Problem hier haben. Wir haben keine Nahrung. Rasch! Hier steht genau da, wo ich euch gerade nicht brauchen kann, weil ich hier eigentlich... Auf der Stelle. ...als wer da errichten will. Das Bauwerk ist vollendet. Tja, wenn man sich die Levels der Bria-Wölfe so anguckt... ...aus dem Hauptbad vielleicht. Sind sie jetzt schon wieder eine kleine Nummer stärker als die Gegner vorher. Während wir immer noch mit derselben Ruhnekraft rumlaufen müssen. Die Ruhne ruft dorthin! Es ist mir eine Ehre! Also ja, wir gucken mal, ob er noch was zu sagen hat. Sprech! Das ist nicht weit Was kann ich für euch tun? Okay, du hast nichts mehr zu sagen Das heißt, ich kann dich den Gottfall wieder hochschicken Das heißt, ich weiß nicht, ob wir uns bei den Elfen die Mühe machen müssen Eine große Industrie anzulegen Was ist euer Begehr? Das Bauwerk ist vollendet Na, dann warten wir noch ein bisschen Bis ihr den Förster errichtet Und errichtet erst einmal Hier, den Lady Ensemble Was ihr wollt Sprecht Ich hätte noch einen zweiten Normalenholz für das später Also ja, wenn der Baum hier weg ist Können wir da den Förster errichten Was ist euer Begehr? So, dann gehen wir jetzt erstmal damit zufrieden Dass wir eine Schützenhalle brauchen Oh, wir sehen sehr gut nach oben Und dann gehen wir da jetzt Ich bin ein bisschen ooh, ich bin ein bisschen Und dann gehen wir da Und dann gehen wir darum Während wir auf weiteres Holz warten, um eine zweite Schützenhalle noch zu errichten. Und wir wollen hier unten einfach scheinbar völlig unwichtig sind, dass keine Briar-Wölfe kommen. Oder Briar-Wölfe, wie man sie nennen möchte. Ja, manche Sachen von dem Spiel habe ich halt wirklich nicht mehr so hundertprozentig in Erinnerung, muss ich sagen. Also, an den Gottwahl erinnere ich mich noch. Oh, Briar-Wölfe, Corporal. Der sieht unfreundlich aus. Das Bauwerk ist vollendet. So, Förster. Was ihr wollt. Und da kommt doch ein Briar-Wölfe-Sperr angewatschelt. Das Bauwerk ist vollendet. Die Rune ruft. Elend schenkt uns eine neue Fähigkeit. Ein Eisschlagabbrit. Ja, das hat uns jetzt Holz gekostet. Und der Elendhain. Und der Elendhain. Und ja, soweit ich mich erinnern kann, ist der Gottwahl sehr straight forward. Deswegen werde ich so viel Defense brauchen. Jedenfalls nicht an dieser Stelle. Das Bauwerk ist vollendet. Was ihr wollt. Das Bauwerk ist vollendet. Das Bauwerk ist vollendet. Oh. Ach, du hast mich entdeckt. Okay. Und ich kann dich stunlocken. Vorsicht, Gegner! Okay, du kannst mich auch treffen. Oh, er trifft mich besser als ich ihn. Jetzt will er flüchten. Jetzt will ich das zulassen. So. Die Hauptmann, da wird doch besser im Nahkampf. Die Linien müssen halten! Dann trau sie sich nämlich nicht wegzulaufen in die Säcke. Das ist ein Hinterhalt! Das ist ein Hinterhalt! Elend schenkt uns eine neue Fähigkeit. Und ja, wie gesagt, Nahrung können wir hier unten keine sammeln. Kein Jagdwild und keine Bären. Was soll ich tun? Zur Stelle. Auf der Stelle. So, erstmal den Bauplatz. Und dann sind wir hier unten in die Säcke. Und dann ist es das, was wir hier unten in der Säcke ist. Und dann wird das, was wir hier unten in der Säcke. Und dann muss ich das, was wir hier unten in der Säcke. Untertitelung des ZDF, 2020